So Leute, heute seht ihr mal den großen Bruder von Niklas, der auch heute euch mal ein bisschen mit auf die Reise nimmt. Let's go! Nehmen wir nichts an, Leute. Das ist hier mein Video, aber jetzt lauft mit dem Check von Charlie. Wollt ihr euch da? Wartet, dann seht ihr gleich. So Leute, da oben werde ich jetzt gleich sein. Na dann, let's go! So Leute, da oben werde ich jetzt gleich. Me and you, light it up on the run. Let's make love tonight. So, wie fandest du's? Na, ganz gut. Überragend, besser gesagt. Also ich, ehrlich gesagt, fand es auch richtig cool da oben. Bloß der Wind war man schon ganz schön nach, da war es ganz schön schräg. Aber es hat extrem Spaß gemacht. Und dann geht's schon der nächste gleich wieder hoch. Aber es war extrem cool. Also lohnt es sich auf jeden Fall mal dort hochzugehen. So Leute, ich hab mir vorhin Filme für die Polaroid-Kamera geholt. Und jetzt haben wir gerade Fotos gemacht. Und jetzt warten wir mal, bis die Fotos erscheinen. Hier ist nämlich die gute Polaroid-Kamera. Und davon gibt's jetzt wieder Filme. Und da hab ich mir hier zwei Tee gekauft. Da, jetzt müssen wir kurz warten. Da, jetzt müssen wir kurz warten. Da, jetzt müssen wir kurz warten. Da, jetzt müssen wir kurz warten.